Setz da hin und sei ruhig. Hör mal und äh... Pennutz mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spielung. Mach an hier und siebst ne Schelle. So, klickst den Daumen nach oben und klickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Stehst du schon neben mir? Ja, sehr gut. Erst mal reinkommen hier wieder. Ich werd mich bestimmt erst mal anstellen am Anfang. Bisschen dämlich. So, haude! Kurz. Haude, liebe Freunde. Kurz und haude angepriesen hier. So, da sind wir wieder. Wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ist zwar untypisch, dass man da weitermacht, wo man aufgehört hat, aber wir riskieren es einfach mal, würde ich sagen, Robert, wa? Würde sagen, wir machen hier weiter, ja. Gut. Na dann. Boah! Oh, Gottes Wind. Hoppala. Ja, war ein bisschen erschrocken jetzt gerade. Wie war hier nochmal Waffe wechseln? Ich weiß es ja nicht mehr. Ach, Kilo, euer Kreuz. Ah ja, meine Fresse, ey. Wie sägt man nochmal? Uff da. R3. Ah, okay. Hast du gehört, ja. Können die Pfeiler als Deckung nutzen, ja. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Was ist denn da? Da ist ein Danger-Schild. Der explodiert bestimmt irgendwas. Ne, doch nicht. Schade. Naja. Ich geh mal einen Schritt nach vorne. Ach so. Ach, das ist wieder so ein verrückter war. Einer mit den dicken. Verrückter. Einer mit diesen dicken roten Laser teilen, die auf den zugeflogen kommen. Einer von denen? Ne. Ich glaube nicht. Dann ist gut. Meine Munition ist gleich wieder leer. Ne. Was will er denn mal mit seinem Suppress him? Und fast tot. Geil. Weck. Weg. Weg. Weck. Los geht's. Komm. Hmm. Warte mal. Haben wir noch Granaten? Nein. Ich bin kein Ei. Ziemlich viel, ja. Meine Munition ist fast leer übrigens. Könnte ein bisschen ätzend werden. Jetzt gleich. Mann, Anna ist umgefallen. Jawohl. Meine Güte. Ich hab ja noch die Gnäscher. Muss auf jeden Fall mal Waffen wechseln hier demnächst. Da steht nur noch einer. Geisha. Die Geisha, die hab ich auch noch dabei, ja. Nein, ich hab einfach mal drüber gesprungen. Ich hab's doch eh nach mit Bogen. Ja. Den Bogen hab ich gesehen, aber den hab ich erstmal nicht aufgenommen jetzt. Aber vielleicht nehm ich den mal hin. Den hab ich. Geh mal nach vorne. Boah, voll weggeweht von dem Wind. Denne Bogen schützen weg. Da hinten ist noch einer. Haben wir denn da noch? Lance da. Wo ist denn der? Das hätte hier. Was ist denn mit ihm los eigentlich? Der spaziert da gemütlich einfach über das Schlachtfeld. Finde ich ja ätzend bei dem Bogen, dass der denn von alleine irgendwann schießt. Ja, nu. Komm her, du Hurensack. Sehr gut, den ist tot. Meine Güte. Was ist denn denn für ne Pisswaffe hier, diese? Naja, was ist denn dieser scheiß Bogen, auch für ne Pisswaffe? Dann noch schön zerrissen. Verrissen. Zerrissen. Den Schuss zerrissen, ja. Ja, geil. Er kommt doch einfach nicht raus. Boah, was soll der denn? Hat der mich da einfach rübergezogen. Oh, oh, oh. Boah, was hat der denn jetzt gemacht mit dir? Hat der dir ein Messer in den Kopf gerannt? Er hat mich rübergezogen, hat mir ein Messer in den Kopf gesteckt und in den Kopf gestochen. Alke, richtig ist das hier noch schön. Ja. Und das hatte ich auch noch nie. Geil. Ja, die sind hier schon härter drauf, der wird da kannst du nicht mehr so larig Fahrräder. Auf jeden Fall. Mann. Wo sind wir denn jetzt? Achso. Die Seite. Und er ist auf der selben Stelle wahrscheinlich wieder. Ja, ja. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ich hab hier die Buskill. Boah, nee. Sind ja die Fettner und geil mit dem Wind hier. Das ist ja wieder ein Traum. Oh, ja. Den habe ich aber erwischt. Ich hab hier nicht so einfach vor. Aber den, den dicken Hike auf jeden Fall erwischt. Und den zweiten Dicken. Der Ton oder was? Inner ist schon mal weg. Boah, die fliegen ja sonst wohin hier, die Dinger. Gut, dass es kein Team K gibt. Mann, ist da gut mit dem Suppressing. Naja, auf jeden Fall, ey. Das nervt eigentlich am meisten. Der Spinner. Komm, ich nehme hier mal meine Magnum-Rind. 3, 4, ne, da hinten. Das ist ja noch einer, ey. Ja. Jetzt schon 3, ja. Jetzt kommen wir für die anderen Viecher. Das hast du noch. Was willst du? Oh, da kommt noch mehr. Oh, oh. Fast tot. So, den linken. Hat dir dir geholfen, da der Bastard? Wer denn? Das ist denn hier... Oh, jetzt reicht das hier aber. Schnauze, mein lieber Freund, sag ich dir. So. Inner ist tot, ja. Ja, ja. Suppress him. Beruhige dich erst mal. Irgendwann musst du ja auch mal nachladen. Jetzt zum Beispiel. Oh, jetzt, ja. Oh, da hakt irgendwas bei ihm. Oh, was? Hast du dir gerade den Kopf weggefetzt? Nee. Oh, das sah so aus, als wenn dein Kopf abgeflogen wäre. Dachte schon wieder, er ist hier... Oh, er mit seinem Bogen da. Hey, diesmal bin ich nicht drauf hier. Ja, Bogenvogel. Ja. Bogenvogel. Schon wieder. Oh. Ich nehme mal den Mulcher-Rind. Ja, du bist auf meiner Seite, das wüsste ich. Aber dann stell dich doch nicht in den Weg. Uhre, hör auf. Verstecken sich aber nur da hinten. Er kommt doch mal hoch jetzt hier. Mann, ey. Mensch, Junge. Ey, mir reichst du dir. Geht er jetzt nach vorne und dann geht er mit dem... Nee, sonst tötet er dich hinaus. Mir hat es nämlich vorhin hochgereicht. Jetzt ist er hoch oder so. Momentlich, aber da sind noch mehr. Noch mehr Idioten. Kommt der denn hier auf mich zu, die Hure? Sag mal, also der tickt da wohl nicht jetzt. Sauber, sauber. Sauber. Kommt nur mehr Leute hier. Elite-Drohne, was ist das? Arschloch ist das, Mann. Arschloch-Drohne. Geht rauf. Soll ich ja noch in die Skrindpumpen, Mann. Was haben wir hier? Ekenbogen? Nee, das ist scheiße. Oh, Granate. Der wirft eine Granate da. Mann, Nick, baller dir deine scheiß Deckung weg da, du Hure. Ja, da bist du genau richtig drin gesprungen. Sehr schön. So, haben wir es jetzt? Naja. Noch nicht, wahr? Ja, deine Granate, die kannst du dir erstmal sonst holen. So, jetzt. Sehr gut. Wunderbar. Oh, ich habe mir jetzt gerade vergessen, aber Ambilight. Ambilight, oh nein. Das geht natürlich auch nicht. Jetzt müssen wir die neue Szene nochmal spielen. Jetzt müssen wir die Szene nochmal spielen. Die Zuschauer so viel haben. Die sollten jetzt erstmal raus aus dem Sturm, ist ja furchtbar. Ich nehme mir mal die Granate. Mach mal. Ja. Gut. Oh, naja. Hast du die Granate noch genommen? Ja. Ja. Nur die Sturmfront wird immer schlimmer. Wir sollten das aussetzen. Das geht nicht. Wer weiß, wie lange der Sturm noch anhält. Geht nicht. Bro. Ist der Vater eigentlich noch hier? Ja. Mein Daddy. Sehr cool. Munition. Munition. Habe ich mir genommen hier. Hier vorne. Das ist gut. Ich habe eigentlich meinen Suit, glaube ich. Auf hier. Aber schön langsam. Genau. Boah. Boah, krass sieht der Dude aus, ey. Wahnsinn. Ja. Mit dem Input-Lag. Bei dir. Das ist überraschend. Jetzt eher. Oh. 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 Shit. Ich bin wieder runter. Ich werfe mal eine Granate dahin. Ja. Oder ich werfe sie einfach irgendwo eine Wallachai rin. Genau. Geil. Oh, schön. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Man kann nicht so koordiniert Granaten werfen hier. Nee. Was ist er denn? Boah, was ist denn mit ihm? Er macht hier Grieche neben dir. Grieche hier. Gnäscher-Munition. Ja, nimm dir mal. Hier rüber? Nee. Gnäscher-bei. Oder hier rüber. Ich weiß nicht, wo lang. Hier. Hier, ne? Hier, ne? Da geht es nicht lang. Aber hier, glaube ich. Oder? Ja. Ich glaube, hier runter. Oh Gott. Was ist das denn? Oh. Hat er die Erde, ne? Einfach hier runter, oder? Nee. Nee, da geht es gar nicht runter. Ach, scheiße. Hinter, hier. Zerstören Sie den Turm? Wie sollen wir den zerstören? Haben wir hier irgendwo... Ach, hier. Guck mal, David. Hat er gemacht hat. Du musst die andere Seite drücken. Da an dem, genau. Muss ich was drücken? A? Exelt ja nicht. Ich hab' einfach A gedrückt. Gut. Und nun? Machst du das? Wie macht er gerade? Ich probiere es zumindest. Da ist auch wieder so ein fetter Typ, ey, da drüben. Was machst du denn da jetzt eigentlich? Ich seh das ja auch nicht. Das ist ein hart Katapult. Das ist ja nicht so einfach durch den Wind. Oh, oh, der Bastard, der Bastard hat wieder diese roten... Diese roten... Diese roten... Boah. Du musst... Pass auf, ich mach' hier mit dem Katapult. Schleuder ist so ein Ding. Du musst da drauf schießen. Und noch mal! Jetzt! Boah, wie soll ich denn da drauf schießen, Alter? Ja, machen wir noch mal. Hast du ein Pass auf? Jetzt! Ah, das Ding fliegt übel schnell, aber... Ah, gut, ich kann... Ja, halt ins Maul, Mensch. Okay, Achtung! Ja, ja. Ja, geil, wie schnell die weg sind. Ja, hab ich getroffen, aber... Aber in der Mitte halt. Weil ich nochmal jetzt... Ich muss gucken, wenn es da hinten ankommt. Jetzt kommt, landet der immer am selben. Ja, den hab ich aber getroffen. Ja, brennt schon. Okay. Ja, hab ich auch getroffen, eigentlich. Man erkennt hier den Feedback nicht so richtig, wa? Und jetzt! Ja, wieder getroffen. Jetzt geht mir langsam die Muni aus. Jetzt! Feuer die Bomben in Richtung Turm. Da hattet Maik jetzt gerade. Oh, Maik alle getroffen bis jetzt. Versteh nicht. Ah, brennt der schon, aber ganz gut. Ja, da vorne. Ey, wo ist denn die? Die kam ja eigentlich gleich fertig. Tun das nochmal! Meine Munition ist bald alle, ey. Das ist ein bisschen unpraktisch. Schießt du jetzt auf den Turm da? Was ist denn jetzt? Nein, ich weiß nicht, warum jetzt. Achso, jetzt ist es wieder Wind hier, oder was? Oh, jetzt hab ich nur zwei Schuss. Scheiße. Und nochmal! Ich verarsche jetzt hier, oder was? Der Fette ist auf jeden Fall erstmal tot. Schießt du weiter auf die Dinger noch hier, auf die Bomben? Ja, mach mal. Schieß mal nochmal dahin, wo du eben hingeschossen hast. Ach, scheiße. Die ist da hinten gelandet. Jetzt so. Tun das nochmal! Sie ist gleich explodiert. Äh, gleich ist der Fall. Nee. Na, endlich. Eigentlich so einfach, ey. Übelst schnell gewesen, die Dinger. Ne, du glaub ich, dass du durch den Scheiß Windfahrt nicht so einfach, du glaub ich. Boah, auf jeden Fall mal eine neue Waffe, ey. Ich hab hier ja nicht mehr. Hier liegt Lenzermunition bei mir. Ich komme. Bist du hier vorne? Sehr gut. Ah, okay. 88 Schuss. Geil. Oh, was war das denn? Oh. Der denn da eigentlich? Achso, der fliegt da oben. Oh, was ist das jetzt? Oh, der hier. Okay. Meine Fresse, da. Ja, durch die Tür wahrscheinlich, wa? Ah. Hier. Tut aus. Ich nehme mir mal die Baskel. Das liegt hier noch oben. Hier ist Munition, wenn du brauchst. Nehmen wir die mal. Was macht der denn hier? Da kommt mal alle hier drin. Dann mal ein paar Sägeblätter fressen. So. Sehr gut. Wo waren die Munitionen, von der du gesprochen hast? Die habe ich mir genommen hier. Die war hier. Ah ja. Ja. Ich war mir nicht sicher, weil du nicht gesagt hast. Dann dachte ich mir, ja gut, dann nehme ich mir die mal. Komm vor. Leute, wir müssen los. Der Sturm wird immer heftiger. Hm. Alter. Sehr gut. So. Die nehm ich mir mal. Nest. Hat jemand Granaten? Ja. Mein letzter habe ich gerade geworfen, aber woanders hin, glaube ich, aus Versehen? Oh nein. Keine Granaten mehr. Mist. Ja, jetzt kommt er wieder in die Richtung gerannt. Den haben wir. Sehr gut. Das ist ein Problem, mir da irgendwie zuzumachen hier. Sonst wird das nicht mehr. Ja, das stimmt. Hat der von den anderen Idioten keine Granaten? Oh. Hier, keine Granaten irgendwo. Scheiße. Geh mal hier. Mann. Jetzt, oder? Kaputt. Alles klar. Wer wartet? Was tut das? Oder? Ich habe einfach mal drauf geschossen. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht, ob es die Dates ausgelöst hat. Wo war ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt nicht getroffen? Komm mal da hinten. Achtung. Oh, was ist denn mit dem Kran los? Was? Was ist denn vertrieben da? So. Ach so, da sind ja noch Leute. Fort freigestaltet. Jawohl, sehr gut. 15 Gegner während einer Sturmfront. Sturmfront. Das ist aber hartnäckig da, der Bastard. Ich glaube, der innen noch da. Gut. Rein ins Nest. Rein ins Nest. Ja, okay. Ja, scheiße, warte. Ich brauche noch die letzte Munition. Nimm die auf. Die Scheiße. Ihr hörtet auch noch, Rallet. Ich glaube, wir müssen hier wirklich rennen, oder? Hier ist Rallet, Lenzer Munition. Kann sein, dass hier der scheiß Sturm näher kommt. Oder wie dem... Ja, entweder so, oder der Sturm kommt zu uns. Meiniger. Hä? Hat die nicht gesagt, ins Nest? Da zählt die denn so einen Unsinn da. Wer weiß, wer weiß, was die mit... Oh Gott. Achtung. Oh. Fuck. Ach du Scheiße. Jetzt. Scheiße. Oh Gott. Das will in den Fall. Pass du uns auf, Robert. Nee, Mann. Ich gehe nach vorne. Ich versuche durchzurecken. Ja, ich warte noch eine Welle ab. Jetzt. Beicht der, wenn es Ener schafft? Wo bist du denn? Ach, da vorne schon. Ach du Scheiße. Boah, fast tot. Geil. Nein, nein. Oh nein. Brauchen wir zwei. Nein. Scheiße. Ach, okay. Gut, egal. Mich hat es verwirbt. Hat es ermobbt. Komm da den Weg mit, wo ich lang bin. Da war er ganz gut. Ich dachte, hier kommen noch Gegner. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Da waren auch Gegner. Ach so, okay. Weil die werden ja auch dann durch die Sturmfront gekillt. Also du hast ja schon jetzt richtig gesehen. Okay. Gut, 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 gut. Okay. Okay. Kommst du mit? Siehst du mich? Ja, ja. Ich bin hinter dir. Scheißen wir einfach erst mal auf die Gegner. Oh, ich muss mal Pause. Hier muss ich stehen bleiben. Okay. Nein, musst du nicht weiterrennen. Ich bin tot. Mann. Mann, wenn ich weiterrenne. Weil du Pause gemacht hast. Ich war ja drei Meter hinter dir. Und genau die drei Meter, die haben mich dann da, haben mich Lehmel kostet hoch. Leider. Ah, das ist ein Schwertespiel. Nicht ohne. Muss man sagen. Nee, das ist echt. Man geht in Spaziergang. Nein. Ich renne jetzt einfach schon mal vor. Hier rechts wieder die Flanke lang. Ich durfte mich zu beschießen. Nerv nicht rum. Warum bist du denn so schnell? Ich bin aber auch übelst lahmarschig. Ich renne jetzt einfach weiter hier durch. Und jetzt hat es mich erwischt. Was? Oh, scheiße. Oh, das ist einfach auch ein... Ah, das ist eine enge Kiste da, weil dann die Note 2 Blitze aufeinandertreffen nach vorne. Na gut, dann warte ich vielleicht doch mal an dem Innendeckungspunkt mal. Ja, weil da kommt ja der Blitz auch durch, oder? Das ist es, ja. Bringt die Deckung denn was? Ja, ja, dann nimmst du Schaden, aber kannst danach weiterrennen, glaube ich. Weil dann würde ich hier mal kurz Pause machen, so wie du jetzt hier. Na ja, also ich nehm Schaden, aber ich überlebe das dann. Hier hinter, du Arschloch. Beeil dich. Alter Schwede. Das ist ja wirklich... Ich liebe ja so ne Passagen. So was liebe ich ja. Okay, man darf sich dann nicht treffen lassen, aber wenn man verletzt ist, dann stirbt man dann trotzdem. Ja, wenn du verletzt bist, dann bist du tot, wenn du dich treffen lässt, ja. Ja. Genau, ansonsten kannst du ihnst geschlägelt, glaube ich, aushalten. Oder ich versuch mal die linke Flanke hier. Mach das mal. Jetzt egal, ob die Gegner da sind. Mach die hier weiter. Scheiße, einfach mal auf die Gegner jetzt. Alter, die schlagen die Blitze ja voll ein. Oh, geil. Ja, die Steuerung ist halt leider auch nicht so präzise hier, muss man sagen, ey. War nicht so einfach. Ja, der Wind ist halt... Jetzt bin ich mal an, was ist denn los, ey. Nervt das. Scheiße, ich war kurz davor, aber links ist... Durch den Wind ist das halt... Durch den Wind ist das halt. Durch den Wind, genau. Na gut. Aber links war ja nicht so verkehrt. Vielleicht schaffen wir das ja noch in der Aufnahme hier. Ja, vielleicht schaffen wir das ja noch.